Einen Dialog im Namen Albert Einsteins zu führen, bedeutet Verantwortung und verpflichtet zu höchsten Anstrengungen. Einstein hat uns ungeahnte Dimensionen des Wissens erschlossen. Und er hat in seinem Leben voller Wechselfälle auch als Mensch Maßstäbe gesetzt. Als Wissenschaftler hat Einstein unser Weltverständnis revolutioniert. Doch seine Arbeit auf der Suche nach der Wahrheit ist nicht zu trennen von seinem politischen Handeln, seiner pazifistischen Grundüberzeugung und seinem Einsatz für Menschenrechte. Einsteins Denken und Handeln waren den Grundsätzen der Vernunft verpflichtet. Weltweit verbinden viele Menschen, auch ich persönlich, das neue Jahr mit der Hoffnung, dass die Maßstäbe der Vernunft auch in der internationalen Politik wieder mehr Beachtung und Durchsetzungskraft gewinnen. Einsteins Engagement liegt keineswegs allein in abstrakten Prinzipien begründet, sondern in seinen eigenen Erfahrungen. Nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler kehrte er nicht mehr nach Deutschland zurück. 1934 wurde ihm die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt. Seine Schriften wurden verbrannt. Er erhielt Morddrohungen. Sein persönliches Schicksal macht sein Engagement für Opfer politischer Verfolgung so ergreifend und überzeugend. Er hat uns hinterlassen, dass der Schutz notleidender Menschen nicht nur eine moralische Verpflichtung, sondern auch politische Verantwortung ist. Eine Verantwortung, der sich Deutschland aus gutem Grund und historischen Erfahrungen bemüht, gerecht zu werden. Das politische Erbe Einsteins findet im International Rescue Committee bis heute einen wirkungsvollen und konkreten Ausdruck. In 40 Ländern unterstützt das IAC heute von Krisen und Krieg betroffene Menschen. Die über die Jahre gewachsene deutsche Unterstützung des IAC ist ein Beitrag, der aus jener Verantwortung erwächst. Das jüngst vereinbarte Programm zur Covid-19-Nothilfe kommt bis zu 4 Millionen Menschen zugute. Auf meinen Auslandsreisen habe ich in Flüchtlingslagern immer wieder die buchstäblich lebensrettende Bedeutung der humanitären Hilfe gesehen und gespürt. Sie ist eine zivilisatorische Errungenschaft. Sie folgt aus einem Bekenntnis zu einem universellen Wert, dem der Mitmenschlichkeit. Wie sehr wir eine internationale Ordnung brauchen, die auf solchen gemeinsamen Werten fußt, zeigt sich in Zeiten einer Pandemie besonders deutlich. Das Virus kennt keine Grenzen. Seine verheerenden Auswirkungen werden wir erst überwinden, wenn wir seine Ausbreitung überall auf der Welt stoppen. Unzählige Menschen sind von schwerer Krankheit und Tod bedroht. Die Pandemie kostet Arbeitsplätze, verursacht Armut und Hunger. Nur wenn die Welt zusammensteht und wirklich als internationale Gemeinschaft handelt, werden wir dieser Krise Herr werden. Ich wünsche dem IAC und seinen Partnern die Weisheit und die Kraft, die Inspiration Albert Einsteins für unsere Welt von heute nutzbar und fruchtbar zu machen. Dazu gehört praktische Solidarität und Mitmenschlichkeit rund um den Globus. Dazu gehört aber auch, sich mit den Ursachen von Leid und Not nicht abzufinden. Dazu gehört, für ein Handeln zu werben, das neues Leid verhindert. Dazu gehört, gegen Krieg, gegen Hunger, gegen Straflosigkeit die Stimme zu erheben. Und dafür haben Sie meine Unterstützung. Dafür sage ich Ihnen und allen Mitarbeitern und Freiwilligen des Internationalen Rescue Committee meinen herzlichen Dank.